Ok, jetzt kommt Teil 2. Scheiße. Das ist geil. Oh, Titten. Ja, es ist geil. Das bleibt mir so ein kleines Problem. Was? Nein. Doch, das ist genau das. Wir müssen das jetzt noch zu Ende machen. So viel Zeit muss noch sein. Das eine müssen wir noch zu Ende machen. Ja. Dann machen wir morgen den letzten Teil. Sechere die Forschung. Dann komm Dr. McIntosh auf den Ex-Fail-Punkt. Let's go. Let's go. Okay, diga. Äh... Ja, da hinten. Wir müssen hier ganz so richtig durch die Forschung rappen. Ey, nehmen sie mit. Ja, ich wollte aufs Einges... Come on! Ja, 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 ja. Okay, entscheidet euch für den langen Weg. Hä? Macintosh. Man kann da oder da hingehen. Aber egal. Achso. Hab ich gar nicht mitbekommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen doch nicht den weitesten Weg nehmen. Wir müssen doch nicht den weitesten Weg nehmen. Wir müssen den kurzen Weg. Wir müssen den kurzen Weg. Was? Wohin? Wohin? Ah, ich muss sie hinlegen. Neutralize all Roaches. Oh Gott. Ah, ich muss sie hinlegen. Okay. Oh, nein, Cannibals. Bitte Cannibals. Was? Oh Gott. 었습니다. Wahin? Das war doch. Du bist Freund usier. Wiesten wir jetzt. Alter, wie geil. Ruhe ohne Ende, weil du hörst du dieses Klo nur auf einmal drei... Okay, nehmen sie, nehmen sie, nehmen sie. Aber ich diskutiere sie doch gar nicht, warum sagst du, ich spiele das hier die ganze Zeit nicht. Ach so, da kann ich keinem nicht ausfragen, oder wie? Warte, ich schieße, ich darf eigentlich nicht auf die sofort schießen. Ich habe immer wieder... Hier müssen wir nichts machen? Okay, wir müssen hin zu wenig. Der ist mit der alleine irgendwo ist. Oh, ich dachte, ihr werdet hinter mir. Oh, ich dachte, ihr werdet hinter mir. Oh, ich dachte, ihr werdet hinter mir? Ja. Oh nein, 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 nein. Warte, du. Oh nein, wir sind direkt hinter mir. Oh, man kommt abziehen, man kommt abziehen. Oh, ich bin nicht weg. Oh, du bist so gut drin. Hier. Will ich den Turm wieder schließen bei dir? Jaaa... War grad schlecht. Jetzt. So, ich mach. Ja, voll gut. Kurdelge Das ist bloß, nur das nicht. Moment mal,olisch halt holen, einen vom Platz. Kommt schon. Ihr wollt euer Fleisch verdienen. Der Junker zu nehmen war aber die beste Entscheidung. Fürst! Fürst? Vielleicht... Ja, da ist er hinten in der Ecke. Ja, wenn der kommt, dann hat er... Kommt! Fürst kommt! Fürst kommt! Ja, okay. Ja, ne? Ja, ne? Aber da geht's, ne? Nimm Dessie! Mario, nimm doch Leben auf! Nimm doch Leben auf, Mario! Hier! Irgendwo. Oh ja, alle drei! Oh ja, alle drei! Oh ja, alle drei! Ich bin hier! Haben wir noch nicht vielleicht noch? Äh... Er ist vor dem! Er ist vor dem! Achso! Er ist vor dem nach hinten! Er ist vor dem nach hinten! Wäre auch irgendwie eine Waffe geben, ey! Wäre gerade im Greif! Ne, man konnte nicht durch! Ach, wer... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab ein gut! Waren wir hier nicht eben? Ich hab die Tür raus! Ja! Oh! Das ist ja mal ein Problem! Oh oh, du bist jetzt so lange überleben bis sie kommt! Äh... Bring die mal ein bisschen weiter zurück! Äh... Sonst können die besser schützen können! Oh Gott, oh Gott! Rechts, rechts, rechts! Linker Seite! Vielleicht auch ein bisschen, aber das hab ich! Linker Seite! Linker! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Wir müssen hier mal Tür raus! Wir müssen hier mal so rum! Mein Geschütz! Ey, ich heiße hier auf! Ohne mein Geschütz! Ohne mein Geschütz! Nicht ohne mein Geschütz! Okay, 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 okay! Zug, Zug, Zug! I'm inbound to your location. Be ready! Ah, ich hätte das wahrscheinlich eh wieder... Ich kann nicht mal... Ich schütze mich eh... Ich krieg mehrere Geschütze! Also nicht mehrere Geschütze, aber ehm... Wenn ich eins verloren hab, krieg ich wieder einen... Ach so, kannst du wieder... Kannst du... Ja, aber wer hält das? Guck! 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 Ich hoffe, der Land ist jetzt wieder... Guck! 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 Ich hab ihn gleich nicht gesehen! Ja, klar klar... Ja klar klar! Lass mich noch nicht! Wo wir lighten sind ... H dis 0... Leider gehts, weiter gehts! Kurz mich morgen... Mit tvån! MUNITIÓ! Es geht hoch! Hoch, hoch! Hoche Leute, hoch! Hoch, hoch! Ich deck hier rück! Ich muss die erst absetzen, damit ich Hunde nehmen kann. Nein, das geht auch mit. Nein, gehen die. Doch, also es geht. Ich konnte das. Ich kann dich erkennen. Ja, hier kommen wir auf der Treppe. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt gehts jetzt. Ja, warte, warte. Sie sind auf dem Sprenger. Sie gucken auf den Sprenger ziehen. Von hinten, ich hab hinten. Ich hab nicht mehr hinten. Oh Gott. Was ist hinter dir? Ich steh die Router ein. Ich hab nicht mehr in den Nachdenken. Okay, warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Schau mal wieder. Es geht ja... Chau, ich schau mal durch. Ich bin bei mir, ich bin bei mir. Ich bin bei mir. Zum Healybit, zum Healybit, hoch, hoch! Hier geht's nicht! Nein! Ja, ja, ja! Alter, jetzt kommt hier wieder eine Bälle! Oh mein Gott! Ah! Da oben ist der Fürst! Da oben ist der Fürst! Wiederbeleben! Setz die Scheiße! Wo ist der, wo ist der, wo ist der Fürst? Jetzt reingehe! Der war oben auf dem Dach! Oben auf dem Dach! Ist der im Gebäude? Ja, der ist im Gebäude! Jetzt sieht dein MG am besten genau hier entgangen! Aua! Er ist tot, er ist tot! Alter, wenn du Gewerke gehst, ist er richtig schwer! Wuh! Hey, das ist schon wieder! Und wieder, es ist Tachanka! Excellent work! Das sieht irgendwie aus, als hätte ich gerade einen Arm verdauen! Ja, bei mir auch! Der Job muss weitergehen! Und? Oh, scheiße! Was? Ich hab nur 92 erledigt! 93! Ja, mit dem Tachanka-Geschütze! Ich hab viel weniger als Michi! Alter, mit dem Tachanka-Geschütze rasierst du einfach! Alter! So, also zu Ende, ne? Ja, ich hoffe wir können... Wollen wir uns dann ganz kurz, ganz kurz noch den Das Nest angucken? Oder das machen wir morgen? Ja! Das, 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 das was? Äh, den Trail zu Das Nest machen wir morgen, machen wir morgen! Ja, das machen wir morgen! Puh! Ich freu mich schon auf's gleich! Ich bin aber auch mal raus! Jo! Euer Freund, Klaus! Und, da geht's weiter, bald, morgen, mit Das Nest! Das ist ne Pistole? Ja! Die geht zum Top-Geschütze! Ich pisse auf die Gegner! Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein! Äh, ja! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt! Ja, Tanzverbot ist am Start! Die Achterwanne geht so ab! Auf die Schnäce mit der Grenze! Boah! Ähm! Ohaaha! Gott! Mein Gott! Musik Untertitelung des ZDF, 2020